Einfach schöne Achseln, let's go. Ich hab ein neues Produkt. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Folge YouTube. Herzlich willkommen. Da ist mein Kommentar. Oh, du Kleinex hier. Gestern einen Kanal gefunden. Digga, it's Loro. No joke, so gute Edits. Ich hab's schon gesehen, aber es ist ein krankes Video. Sehr, sehr, sehr gut geschnitten, let's go. Oh, verliebt. Beide gleich dumm. Oh, danke, Karsten. Nein, das hast du jetzt nicht gemacht. Was war das für ein Stream? Nein, das hast du jetzt nicht gemacht, Alter. Wieder gejokt. Wenn die Leute genug Zeit haben, sich um sowas Gedanken zu machen, dann müssen die wahnsinnig viel Zeit haben. Sehr stark, sehr stark gesagt, Max. Das ist ja, ja. Das ist der Link der Dono, Danny. Ich hab ihn abgetippt. Du würdest getrollen. Mann, Digga, ihr seid nicht lustig. Neuer Song von Kevin. Gigan, mag ich auch sehr gerne, ist ein cooler Typ. Sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam. Heute zeige ich euch Tipps und Tricks bei Minecraft. Vier, fünf ist Toss. Digga. Ey, wirklich schon noch. Digga, Gigan ist einfach nicht unterhaltsam. Er ist einfach nur massiv dumm. Was denn, Digga? Kannst du nicht einfach das Video gucken, Bro? Also ganz ehrlich, wer ernsthaft eine Liste führt, wie, wann, wie, mit so einem Bewertungssystem von 1 bis 10, ist ein absoluter Hundesohn. Und demjenigen wünsche ich nur, dass dem sein Wasser vom Tisch fällt. Sag ich dir ganz ehrlich, wie ich's jetzt. Ach, Kevin, Junge. Schade, einfach nur. Ey, ich hab Geister hier. Ich hab gar nichts gemacht. Ey, Chad, ich lieb es, bisher an meinem Mikro zu lecken. Ich weiß nicht, wieso, aber es irgendwie beruhigt mich. Vielleicht, ähm, du könntest dir auch einfach so ein Mikro holen, was aussieht wie ein Pimmel, Micky. Das, äh. Hey, guck mal. Hey, Sandro, was geht's? Falscher Channel. Sag mir nicht, ich bin bei Danny live. Bruder, bin ich bei Danny live? Nee, oder? Lass mich checken. Oh, Mann, Digga, ich bin bei Danny live. Leute, was geht zu schon von Danny? Ist alles fresh, oder was? Ketchup mit Mayo gemischt? Hey, ist das denn nicht Senf? Ketchup mit Mayo gemischt ist, äh, Juppi, 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 Juppi-Sauce, oder? Juppi-Sauce? Juppi? Juppi? Josef? Wie heißt das? Juppi-Sauce, oder? Juppi-Sauce? Juppi-Sauce? Ich glaube, Juppi-Sauce ist was anderes, Chad. Ich glaube, Juppi-Sauce ist was ganz, ganz anderes, Digga. Nein! Cox-Sauce, äh, Cocktail-Sauce, Cox-Sauce. Wahrscheinlich ist es Cox-Sauce. Ja, Romato, du musst den Takt sagen. Dann gehen wir einen Schritt nach vorne und drücken einmal W. Okay, eins, zwei, drei, und los. Oh, guter Clip. Ah, okay. Oh. Damn, boy. That's a dick-ass-bomb! Oh, ich leck dir das Arschloch. Oh, guck mal. Der hat so ein juicy Ass. Ich leck dir den Arsch. Oh, ja, der ist so juicy. Oh, ja. Oh, ja, geil. Dieser Mann hat Kinder, ist aber im Kopf selber noch ein Kind. Könnte auch was schwerwiegenderes sein. Jetzt krieg ich das nicht mehr rein. Oh, mein Gott! Digga, was ist mit meinem Strohhalm passiert? Ich sag's doch, sehr unterhaltend. Schaut euch das an, wie soll man damit trinken? Wie kann man, Digga, wie kann man so dumm sein, für das Einfachste auf der Welt, einen Strohhalm in eine Capri-Sonne zu stecken? Oh! Guck doch, du schiebst das einmal raus, Alter! Ich schwöre, ich krieg's nicht mehr rein. Guck dir das... Das ist aus Papier. Die haben jetzt einfach Papier-Strohhalme von Capri-Sonne. What the fuck? Wie uncool. Capri-Sonne hat Papier-Strohhalme jetzt. Hä? Wie sollen dann die Schildkröten das in die Nase bekommen? Ich will mich grad verarschen. Ratten können springen. Ja. Let's go. Warum denn? Ist da Radioaktivität oder sowas? Ja, da ist Gift drin und wir haben noch kein Gift drin. Ich komm hier nicht raus, Junge. What the fuck? Das ist saudumpf. Wo kommst du nicht raus? Das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. Mann, man hat das nicht gesehen. Das ist so aus. Das wäre das offen, Alter. Oh nein. Ich hoffe, Nico geht auch irgendwann mal ein Knock, damit ich meinen fetten Juicy-Booty in sein nicest Greek-Face drücken kann. So geil. Hallo? Hä? Was ist jetzt passiert? Ich hab so'n... Ratten können sch... Alter, mein Schlüssel wär fast in den Gulli gefallen. Na! Arbeite vor der Kamera, hinter der Kamera, in Köln, oder auf der ganzen Welt. Bewirb dich jetzt bei der RTL-Journalistenschule. Wir sind unsere Bewerber. Bewerber Nummer 1. Orange, morange. Hä? Hä? Es gibt Aliens auf GV&P? Die haben... Ist das... Ist das ein Hacker? Ist das ein Modder? Ist das ein Hacker, ein Modder? Oha! Oha, einfach ein UFO. Oha, er ist unsichtbar! Oh mein Gott, er ist einfach unsichtbar! Okay, wir machen weiter mit Unsympathisch-TV. Das ist hier mein neuer Arbeitsplatz. Moin! Einmal beim Prachtenditeil. Kein Ausweis. Viel Freude, man hat das. Ciao, ciao! Gerade in meinen Berufen muss ich halt drauf schauen, dass ich keinen minderjährigen Alkohol oder Zigaretten verkaufe. Yeah! Haben wir noch jemand Drittes? Hey Schatz, alles Gute zum Geburtstag! Dankeschön! Ich hab dir was ganz Schönes organisiert. Oh echt? Findest du es schön? Ich hab das extra für dich so gravieren lassen, hier mit unseren K-Plus-D-Berfelsen. D hab ich hier hingeschrieben. Mann, du weißt doch, dass ich nicht den blauen Pril mag! Wir können das rumtauschen, Bro. Ich hab's schon so oft gesagt! Aber schau mal, das ist doch richtig schön hier. Nein! Oh nein. Wie? Ich mag das Blaue nicht! Komm mal her, komm mal her. Sie sagt, geh weg! Ich hab neues Produkt, guck dir mal an, wie geil meine Hautkräute aussieht! Das ist sein geiles Produkt! Ich hab das noch nicht gemacht! Irgendwie kommt das, wenn Nebel... Ähm... Wie ist sein Name? Nick? Einfach nur Nick ohne Nebel! Wenn Nick das macht, rüber als wäre er Crack-abhängig. Ich finde, ich kann voll die gute Mücke nachmachen. Moment! War noch nicht bereit, ich muss kurz vorbereiten. Da ist es in diesem Pepe mit diesem Rang-Puss. Was ist denn mit Carsten los? Mich tick'n, mich tick'n! Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist draußen? Das sieht gar nicht gut aus. Nick verwandelt sich zur Katze. Hääääääääää! Es ist einfach, es ist nicht dasselbe, weißt du was ich mein? Rechts ist Geld in Army, ha 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 ha, Loser! Amanda by Kiowa Oh mann! Sie had a bad day, you take a one down! Das war voll cool von mir. Give me swag, dankeschön. Oh mein Gott, ich hab gerade die ganze Zeit umsonst geredet. Ich bin seit zwölf Minuten live und hab nicht ein Wort von mir, yeah. Hahaha! Scheiße Digga, wie weiss! Hallo, Entschuldigung, wir schließen jetzt, ich muss sie bitten zu gehen. Ich will noch nicht gehen. Ansonsten müssen wir sie gewaltsam raustragen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Der Herr widersetzt sich meinen Worten. Ich glaube wir müssen da mit einer Stufe erhöhen. Ist doch noch nicht so spät. Best of in Scope in Fortnite. Direkt nach dem Absprung beginnt der Überlebenskampf. Der hat gute Hits, der hat gute Hits. Ich glaube der ist one. Die schiebt es aber gerade ganz ganz anders bei mir. Aimbot, aimbot. Der hat einen 30er Hit. Der hat einen 30er Hit! Bleib mal ein Latzer. On the road again! A-G-E-R-S-E-U-E-R-D-E-U... Ey, ich geh da schon im Jungs! Da oben am Dach. Was ist ein Gegner? Nein, das sind deine Maids. Warte mal, ich poisse mal kurz nach der Mauer hin. Ah, ich habe keine Mineralien. Ich habe keine Mineralien, Digga! Keine Mineralien, Digga! Wie hört ihr auf zu bauen? I did it again! Danny fährt unkonstanter als der HSV, HSV nicht, äh, Schwimmverein oder so? Ne, warte mal, aber was, Formel 1? Digger, der HSV ist Formel 1, ja. Der Song ist für dich. Es ist Montagabend und wir spielen als Team. Als ich zu dir sagte, ich war scheißen, war's fürs Meme. Mach noch kurz scheißen. Isa, glaub mir, ich war da nur kurz Wasser holen. Im Keller, bitte glaub mir. Halter, Danny, come back. Viele. Schade, schade, Danny, schade. Boah, schöne Achseln, oder? Ja, doch. Und auch schöne Achseln einfach. Sie hat auch einfach schöne Achseln, Digger. Digger, wer fühlt denn Achseln? Einzige Achsel, den ich fühle, ist Achsel Schulz. sieh- VC- Siis- Säbüber, Bis zum nächsten Mal.